Hallöchen zu einer weiteren Folge Die Schachklatzen, unser Podcast hier mit Christoph Seleck und Georgio Suleides. Interessanter Dreiteiler, den wir heute beginnen. Wir wollen nämlich diskutieren, was Schach eigentlich ist. Sport, Wissenschaft, Kunst, das sind die drei großen Begriffe, die man immer mit Schach assoziiert. Und heute wollen wir mit der Frage beginnen, ist Schach Sport? Und wenn ja, warum ist Schach Sport, Christoph? Ist Schach für dich Sport? Ja, unter anderem. Also wir werden ja die anderen Aspekte auch nochmal beleuchten in weiteren Folgen. Aber der Sportaspekt ist, denke ich, schon sehr wichtig, weil wir ja auf Resultate auch spielen. Jeder guckt darauf, wie er abschneidet. Man kann es messen. Man hat ein Rating, man hat Ranglisten, man hat Turniere. Und das ist jetzt nur ein Punkt. Wir gehen ja da später noch tiefer drauf ein. Aber dieser Wettbewerbsaspekt, den Schach eindeutig hat, der spricht dafür, dass es Sport ist. Und ich denke, das ist auch vielleicht Geschmackssache. Für mich der wichtigste Aspekt eigentlich. Dass man im Wettbewerb steht, dass man trainieren kann und am Ende es messen kann, dass man sich verbessert hat zum Beispiel. Das ist was, was bei anderen Tätigkeiten nicht so klar ist, wo es jetzt kein Sport ist. Du hast jetzt ein zentrales Element schon erwähnt, direkt reingegangen, was Sport definiert. Das ist das Element des Wettkampfs. Der ist natürlich gegeben beim Sport. Das muss man gar nicht groß diskutieren, denke ich. Es existieren sogar viel mehr Wettkämpfe, als landläufig angenommen wird, überhaupt gedacht wird. Häufig, wenn man mit Außenstehenden spricht, die wundern sich, dass es so etwas wie eine Bundesliga überhaupt gibt im Schach. Und es gibt ja nicht nur eine Bundesliga, es gibt ja ganz normal, wie in allen anderen Sportarten, von der Kreisklasse. Das wird nicht immer Kreisklasse genannt. Hier in Hamburg ist es, glaube ich, die Basisklasse, weil es ist ja letztendlich die unterste Liga. Bis zur obersten Liga gibt es, keine Ahnung, 10, 15 Klassen, in denen Schach mannschaftsmäßig, wettbewerbsmäßig gespielt wird. Darüber hinaus gibt es internationale Wettkämpfe. Wir wissen natürlich alle, es gibt eine WM. Es gibt eine Rapid-WM, eine klassische WM, eine Blitz-WM, Chess 960-WM. Es gibt zig Qualifikationsturniere dafür. Das heißt, Schach wird wettkampsmäßig sehr intensiv betrieben. Vielleicht sogar mehr als andere Sportarten, also wahrscheinlich sogar mehr als andere Sportarten. Es gibt wahnsinnig viele Turniere, an denen alle teilnehmen können. Opens. Es gibt Turniere, wo man sich qualifizieren kann. Und hinzu kommen noch die vielen Turniere, die es inzwischen online gibt. Das heißt, Schach als Wettbewerb, das ist ganz klar definiert. Wenn man danach gehen würde, allein danach gehen würde, ist Schach nicht nur Sport, sondern vielleicht sogar die Sportart schlechthin irgendwie fast schon. Es ist wahnsinnig viel gespielt und sehr viel wettkampsmäßig betrieben. Das ist ein zentrales Element. Wichtig ist natürlich auch, ob Schach anerkannt wird als Sportart. Und es ist natürlich so, dass Schach auch vom IOC seit 1999 als Sportart anerkannt wird. Dementsprechend natürlich auch vom DOSB. Das ist insofern wichtig, weil natürlich Fördergelder damit zusammenhängen. Ansonsten bräuchte man sich gar nicht über die Frage groß unterhalten. Aber leider hängt es stark damit zusammen. Ob zum Beispiel in Deutschland das Bundesministerium für Innern Schach unterstützt als Sportart. Dann muss es natürlich auch als Sportart definiert werden, anerkannt werden. Es ist nicht so, dass in allen Ländern Schach als Sportart anerkannt wird. Es sind weit über 100 Länder weltweit. Aber weißt du, welches Land Schach nicht anerkennt als Sport? Das ist sehr, sehr interessant. Ja, Großbritannien, habe ich heute gelesen. Das ist verrückt, oder? Ja, vermutlich ist das historisch gewachsen. Ich habe das jetzt auch nicht recherchiert, wie das jetzt genau kommt. Ja, manchmal sind es ja auch so Punkte, wo irgendwo sich eine Person das mal auf die Fahne geschrieben hat, so, das muss jetzt als Sport anerkannt werden und hat das durchgeboxt und vielleicht hat es das da nie gegeben. Ja, oder, ja, schwer zu sagen, wie es da ist. Ein Punkt noch vielleicht zur Klärung, als anerkannt zu sein von den Olympischen Verbänden ist eine Sache. Schach ist natürlich keine Sportart, die bei der Olympiade oder so bei den Olympischen Spielen ausgeübt wird. Das ist ja was, was immer seit Jahren irgendwie probiert wird vielleicht, dass man da mal hinkommt, weil dann wären die Förderungsmöglichkeiten vermutlich noch deutlich umfangreicher, wenn man wirklich jetzt, na, vermutlich bei der, weiß nicht, es wurde auch mal über die Winter-Olympiade mal diskutiert. Ich habe das mal gehört, dass man sagt, das wäre eher was, Schach wäre eher was, was man in der Halle macht. Und dann wäre das eher Winter-Olympiade, als dass man jetzt irgendwo sich draußen hinsetzt. Naja, aber das ist immer mal so eine wabernde Diskussion, ob man da mal vielleicht hinkommt. Das wäre hilfreich. Ja, eigentlich würde ich sagen, Schach hat so ein geiles Alleinstellungsmerkmal mit der eigenen Schach-Olympiade, die ja wirklich ein Wahnsinns-Turnier ist mit so vielen Ländern, so vielen Teilnehmern. Und warum sollte man olympisch werden wollen, wenn man selbst so ein verdammt geiles Turnier hat? Es geht letztendlich nur ums Geld. Man möchte olympisch sein, weil die Fördergelder dann deutlich höher sind. Ich habe mal nachgeschaut, auch das BMI fördert olympische Sportarten mit einer deutlich höheren Summe als nicht-olympische Sportarten. Und es ist natürlich ein bisschen schade, dass das irgendwie eigentlich fast schon das einzige Argument ist, aus meiner Sicht, weil warum sollte man sonst bei einer Olympiade teilnehmen wollen? Wo zig andere Sportarten auch stattfinden und mit denen man konkurrieren würde letztendlich. Das liegt natürlich auch an der Aufmerksamkeit, die so eine Olympiade erhält. Aber man muss auch bedenken, immer die einzelnen kleinen Sportarten, die gehen auch teilweise unter bei einer Olympiade. Ich weiß nicht, ob sich alle Leute jetzt Dressurreiten anschauen oder irgendwelche Schießwettbewerbe. Keine Ahnung. Es gibt da einige Exoten, wobei ich denke, die eher exotischen Sportarten, für die sind die olympischen Spiele natürlich auch eine Chance, dort überhaupt mal präsentiert zu werden. Und ja gut, Schach ist halt ein bisschen ungewöhnlich dann im Vergleich, aber man müsste ja nicht oder man würde ja vermutlich nicht einen Wettbewerb machen, der der Schach-Olympiade ähnelt. Das ist ja eine Veranstaltung mit Hunderten, Tausenden von Teilnehmern, sondern vermutlich würde man eher, ich spinne was zusammen, sowas wie einen World Cup machen oder so. Irgendein K.O.-Systemturnier, was jetzt in ein paar Tagen irgendwie erledigt ist, würde man annehmen. Naja, darüber könnte man sicherlich reden, wie man so ein Format macht. Ob das jetzt, ich sehe nichts Negatives dran, wenn man mal dahin käme, außer man kann natürlich darüber diskutieren, ist das olympische Komitee heute irgendwas, weil die sind ja politisch nun sehr schwierig, also extrem politisch umstritten, wie jetzt mal mit Russland umgeht und ähnliches, wie man sich da irgendwie mit arrangieren kann. Aber okay, ist ein ganz anderes Thema. Ja, kommen wir vielleicht zu weiteren Punkten, die für Sport maßgeblich sind und die ja auch immer wieder angebracht werden, dass es beim Schach halt nicht der Fall ist. Das ist natürlich die körperliche Anstrengung, die natürlich der Definition für Sportarten gilt. Wie ist das für dich beim Schach, körperliche Anstrengung? Ist die gegeben oder ist das, man sitzt doch nur rum. Also das typische Argument ist bei vielen, wenn man sitzt nur rum, schiebt ein bisschen Figuren übers Brett, das ist ja keine körperliche Anstrengung, das hat ja nichts mit Sport zu tun. Das ist das typische Argument, was von vielen gebracht wird, die argumentieren, argumentieren häufig, dass Schach kein Sport ist. Ich denke, das ist in dem Moment für die Personen plausibel, weil sie es noch nie ausgeübt haben und auch nicht wettbewerbsmäßig kennen. Also ich glaube, da würde schon vielfach helfen, einfach nur so eine Partie oder ein Turnier mal zu zeigen, wie lang das dauert, wie lang eine Partie dauern kann. Oder auch, ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel, am letzten Samstag die Deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft gespielt für meinen Verein. Wir waren ja Ausrichter und wir haben es ein bisschen rotiert. Also ich hatte nur 20 Partien statt 25. Aber nach 20 Blitzpartien gegen sehr starke Gegner, also da mache ich nichts mehr. Das ist so anstrengend, weil man sich doch immer wieder neu konzentrieren muss. Also das ist doch sehr anstrengend. Also ich glaube, da kommt der Aspekt hinzu, einfach der Dauer. Also wenn man dann ein Turnier spielt oder eine längere Partie spielt, das ist dann wirklich auch körperlich anstrengend. Also für mich persönlich, ich kann immer nur sagen, ich bin jetzt körperlich nicht so schrecklich fit, aber ich war auch mal fit, habe mehr Sport gemacht und mehr aufs Essen geachtet und sowas. Und in der Zeit habe ich auch besser gespielt. Das ist kein Zufall. Also wenn man sich körperlich fitter fühlt und fitter ist, spielst du auch besser. Gerade dann, wenn die Partien länger dauern, anstrengender werden. Das ist eine Konditionsfrage. Und man sieht ja auch, wenn man sich mal so anguckt, guckt man sich mal die Top 50 an, so im Schach. Wer ist denn da offensichtlich körperlich unfit? Also da findest du vielleicht zwei Spieler oder so. Mir fällt jetzt noch nicht mal jemand ein, aber das kann prozentual nicht größer sein, die Zahlen. Die sind alle fit, die machen alle Sport und wissen, dass sie das müssen. Und damit sie da in der Spitze mithalten können. Ja, ich denke, dass inzwischen die Wahrnehmung bezüglich dieses Themas immer präsenter wird bei den Spitzenspielern. Und deswegen legen die mehr Wert drauf, immer mehr. Aus der persönlichen Erfahrung, klar, hast du gerade berichtet, kann ich genauso sagen, dass Schach, wenn man das über einen längeren Zeitraum spielt, so ein Turnier, klassisches Turnier, Partien über mehrere Stunden und das an mehreren Tagen hintereinander, sehr anstrengend sind. Physisch vielleicht gar nicht so sehr wie andere Sportarten, schon anstrengend, aber vor allen Dingen mental extrem anstrengend. Und diese mentale Anstrengung führt natürlich dazu auch, dass es physisch anstrengend wird, weil der Körper natürlich reagiert auf das, was in dem Moment mental passiert. Und da gibt es, je länger so eine Partie dauert, klassische Partie, das ist natürlich auch wissenschaftlich belegt, an Versuchen, dass natürlich auch Schachspieler sehr viele Kalorien verbrauchen, wenn man das jetzt an Zahlen misst, so 300, 400 Kalorien pro Stunde. Es gibt Studien, es gibt einen sehr interessanten Artikel auf ESPN über Magnus Karlsson, Fabiano Caruana, in der Zeit, wo sie sich vorbereitet haben auf das WM-Match. Und da wurden natürlich auch Wissenschaftler befragt. Und da waren zwar ein bisschen übertriebene Angaben, die da festgestellt wurden, dass so bis zu 6.000 Kalorien in so einer Turnieratmosphäre verbraucht werden können, über den Tag verteilt, was ich ein bisschen viel finde. Aber ich denke mal, hier geht es um Extreme, also wenn man so 7, 8 Stunden spielt, dann können natürlich auch Tausende von Kalorien verbrannt werden, gerade durch diese unleibliche Anspannung, die man hat. Also es ist ein Fakt, definitiv, dass man sehr viel Energie verbraucht beim Schachspielen, das ist gar keine Frage. Ich weiß es von mir auch, Rilton Cup in Stockholm hatte ich jetzt immer meine Routinen. Morgens bin ich halbe Stunde gelaufen, dann schön gefrühstückt, dann meine Partie gespielt und am Ende des Tages merkte ich so, wow, was ist hier los, ich habe ein, zwei Kilo weniger. Ich war wirklich erleichtert, ich war wirklich leichter nach dem Turnier auch. Und wenn ich nicht abends noch gegessen hätte, dann hätte mir wirklich immer Energie gefehlt. Man merkt das selbst, wenn man so ein Turnier spielt, wie unglaublich anstrengend es ist. Also dieser Punkt körperlicher Anstrengung, der ist definitiv da, gar keine Frage. Es gibt ja auch diese Messung der Herzfrequenz bei Partien zum Beispiel. Das geht ja auch hoch durch den Stress, durch die Anspannung und das Ganze ist, das ist halt anstrengend. Das ist, glaube ich, wirklich schwer nachzuvollziehen, wenn jemand da wirklich noch nie Schach gespielt hat und es auch noch nie angeguckt hat. Also wir hatten jetzt, ich habe dieses Blitzturnier in Dienstlaken, wir hatten da die Bürgermeisterin zum Beispiel zu Gast, die also Sporterfahrung hat, die war Kanutin mal, auch wirklich ganz gut. Also die hat trainiert und alles und die hat noch nie ein Schachturnier gesehen. Und die war schwer beeindruckt. Die hat dann auch, das ist bei dem Kinderturnier, wir hatten auch ein Jugendturnier am Tag danach, wie konzentriert und angestrengt die Kinder da schon gespielt haben. Okay, das ist eindeutig Sport. Also die hatte das vorher auch jetzt nicht in Frage gestellt, aber dieser Aspekt war für sie jetzt interessant, weil sie die Historie hatte, ihre eigenen Sporterfahrungen und dann für die war vollkommen klar nach Ansicht, ja, okay, das sind Sportler, die ja am Werk sind. Was ich in diesem Zusammenhang mal sehr interessant finde, ist, dass immer das, was offensichtlich ist, nur als Basis der Aussage genommen wird. Das, was natürlich neuronal passiert, gar nicht in die Definition mit reinkommt, auch generell nicht, was im Gehirn passiert zum Beispiel, also die neuronalen Strömungen und das Gehirn arbeitet ja auf Hochtouren während einer Schachtpartie oder einer Schachturnier. Die ganze Zeit ist es wirklich am Arbeiten, das ist ja auch ein Muskel, nur man sieht es halt nicht. Und dadurch, dass man das nicht sieht, entsteht eine komplett aus meiner Sicht falsche Wahrnehmung natürlich und eine falsche Perzeption letztendlich der gesamten Thematik natürlich. Es wird auch in der Definition, wird das auch nicht irgendwie maßgeblich mit reingenommen. Kann ich irgendwo verstehen, sonst würde man wahrscheinlich zu weit gehen damit. Aber es ist, das Gehirn arbeitet wirklich auf Hochtouren und dadurch können wir natürlich sagen, ja, das macht sich bemerkbar, es ist anstrengend und deswegen wissen alle Schachspieler, dass Schach natürlich auch körperlich anstrengend letztendlich ist. Ja, was da von außen halt auch nicht gesehen wird, das wissen die nicht, weil sie die Erfahrung nicht haben, die Länge von Partien, von Turnieren. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand nicht überrascht war, als ich gesagt habe, eine Schachpartie kann locker sieben Stunden dauern. Da fallen die immer aus allen Wolken und denken, ja, wieso, er setzt doch da nur und zieht ein paar Figuren, dann ist es doch vorbei. Nee, nee, es dauert schon länger. Und der Unterschied ist natürlich auch groß. Wenn wir immer nur da zehn Minuten sitzen würden, okay, dann wäre das ja nicht so schrecklich anstrengend. Wobei man sagen muss, im Schnitt sind das so inzwischen so drei, vier Stunden, die man Schach spielt bei klassischen Turnieren. Eine einzelne Blitzpartie, wie du gesagt hast, klar, das ist wenig, das ist locker. Aber auch so ein Blitzturnier, wie du es hattest am Wochenende halt, das geht ja über Stunden. Das fängt ja um 10, 11 Uhr an und das geht dann bis 17, 18 Uhr. Das ist ja eine mentale Anstrengung über den ganzen Tag, die sich verteilt hat. Und das ist schon sehr anstrengend. In diesem Zusammenhang gibt es noch den ganz wichtigen Punkt, der auch sehr bedeutend ist, nämlich motorische Aktivität. Weil motorische Aktivität wird immer wieder maßgeblich genommen zur Definition von Sportarten. Und da muss man sagen, zieht Schach natürlich den Kürzeren, weil das ist nicht besonders relevant für Schach. Ja, man kann auch diese Definition so erweitern und sagen, es geht darum, eine bestimmte motorische Aktivität besonders gut auszuüben, halt besonders schnell zu laufen, besonders den Tennisschläger besonders gut zu bewegen. Also irgendwie da geht es darum, irgendeine Art von Bewegung gut auszuführen. Okay, da sind wir natürlich nicht so gut dabei. Man kann jetzt höchstens noch ganz entfernt sagen, wenn wir jetzt Blitzschach spielen, ist es vielleicht hilfreich, nicht immer die Figuren umzuwerfen. Aber das ist ja nun eine sehr, sehr kleine Komponente. Hier könnte man jetzt höchstens sagen, wie du schon, auch das Gehirn arbeitet und da passiert was. Das kann man höchstens so irgendwie übertragen. Aber es ist nicht motorisch, da bewegt sich der Körper halt nicht. Also da sind wir dann bei der Definition ein bisschen raus. Es gibt aber auch Sportarten, also Motorsport. Ist auch körperlich sehr anstrengend, ohne Frage. Aber es geht jetzt darum, wie da auf Bremspedale gedrückt wird. Ist das jetzt die große motorische Aktivität? Weiß ich nicht. Also da kann man auch viele andere Dinge anziehen. Ja, beim Reitsport wird auch mal wieder herangezogen als Vergleich. Man sitzt da ja nur das Pferd, aber er leistet die Arbeit. Weniger. Es gibt ja viele Sportarten, bei denen das diskutiert wird, was diese motorische Aktivität betrifft. Das ist sehr interessant. Aber das ist natürlich auch eher so am Rand. Es ist letztendlich nicht so maßgebend. Das gilt auch nur für bestimmte Bereiche. Also in der Schweiz ist das ein Thema wegen Sportförderungsprogramm, so ein Schweizer Jugendsportförderungsprogramm, wo das in die Definition mit einfließt. Wir haben dabei jetzt einen sehr interessanten Artikel gelesen vor Noel Studer, Großmeister aus der Schweiz, der dieses Themas angenommen hat, der einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben hat dazu. Und der stammt ja aus der Schweiz und konzentriert sich natürlich da, was dort passiert. Und der wurde über die Jahre zum Beispiel, fand ich sehr interessant, auch sehr intensiv gefördert. Und ohne diese vielen Förderungen hätte er niemals diese Sportart ausüben können. Und das ist aber nur möglich gewesen, weil Schach natürlich auch als Sport anerkannt wird. Genau, da sind ja öffentliche Gelder und die werden nicht bereitgestellt, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du als Sport ja giltst. Es gibt da noch andere Definitionen, eine, die wir noch nicht hatten. Das war die Definition, es darf kein Glück, es darf keine elementare Rolle spielen. Ja, ja, ja. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, der bei Schach nicht zutrifft. Und das kann man dann in Abgrenzung zu zum Beispiel Kartenspielen oder irgendwelchen Spielensätzen, die Würfel oder irgendwelche Zufallskomponenten haben. Direkt Spieler. Genau, da gibt es ja ganz viel. Wobei die natürlich, also Poker ist, ich meine, das hat der Vergleich, weil viele Schachspieler da so eine gewisse Affinität haben. Ja. Da geht es natürlich auch um Fähigkeiten. Also Poker ist ja kein reines Glücksspiel, aber auf kurze Sicht natürlich schon, weil die Karten enormen Einfluss haben. Und das haben wir beim Schach natürlich gar nicht. Und ich meine, unzweifelhaft, wenn man jetzt ein bisschen Erfahrung hat, wissen wir, dass Schach auch eine gewisse Zufallskomponente hat, aber die ist halt sehr marginal. Also die, also die, die finde ich ist tatsächlich sogar auf dem höchsten Level höher als auf dem niedrigen, meiner Meinung nach, weil da manchmal so wirklich so Zufälligkeiten entscheiden können. Dann läuft einer dem anderen in die Vorbereitung, weil er das zufälligerweise mal hatte oder was auch immer, so komische Sachen. Aber das ist keine Komponente, die Teil des Spiels ist wirklich. Also auch das ist letzten Endes über Fähigkeiten oder über Wissen oder andere halt dich abzuleiten. Ja, ja. Das ist ja über Arbeit, ne? Genau. Es ist ja kein Zufall, dass er da reinläuft. Der andere hat viel gearbeitet, um das dann zu klagen, ne? Also auch viele werden jetzt sagen, na ja, Schach ist doch auch hin und wieder Glück und so, wo mein Gegner so einen riesen Fehler macht. Nein, ist es nicht. Letztendlich ist es Fähigkeiten, die dort zu tragen kommen, oder nicht vorhandene Fähigkeiten. Ja, ja, ich weiß nicht. Den Größteil des Themas haben wir jetzt schon abgearbeitet, aus meiner Sicht. Ich denke, wir können konstatieren, dass Schach schon Sport, eine Sportart ist, eine Sport ist, im Großen und Ganzen. Gibt es da für dich noch ein Kontraargument vielleicht, wo du sagst, ach, weiße, ich empfinde Schach nicht so als Sport? Also ein Kontraargument sehe ich nicht. Ich sehe schon, wir werden das ja noch beleuchten, was ein Unterschied ist, vielleicht zu anderen Sportarten, die Vielfältigkeit, weil wir ja noch eine wissenschaftliche und eine Kunstkomponente haben vielleicht, dass man, wenn man jetzt Schach irgendwo ein bisschen mehr wertschätzt, dass man da Schönheit drin erkennen kann. Das ist zum Beispiel ein schwieriger Punkt, vielleicht bei manchen anderen Sportarten. Also das ist aber auch eine Frage, vielleicht der Einsicht. Vielleicht gibt es auch eine Kunstkomponente in anderen Sportarten, die uns jetzt überhaupt nicht klar ist. Also das ist dann eine Frage vielleicht, dass man da tiefer rein muss. Also die Vielfältigkeit ist sicherlich da. Aber ich denke nicht, dass man ernsthaft argumentieren kann, Schach wäre gar kein Sport. Also das fände ich schwierig. Ich glaube auch, dass Leute, die diese Argumentation haben, dass man gute Chancen hat, die zu überzeugen, wenn die sich das mal genauer anschauen. Ja, das ist, denke ich, da ziemlich wahrscheinlich, dass einem das dann gelingt. Was ich manchmal finde, das muss man schon sehen, in der Außendarstellung von Schach ist es manchmal oft kein Sport. Also in vielen Fällen, denke ich, kann man da viel arbeiten. Müsste man auch mal arbeiten, dass das besser wird. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, das habe ich zufälligerweise eben auf Twitter in anderen Zimmern gesehen, wenn du als Mannschaft zum Beispiel auftrittst, ist es sinnvoll, dass man da vielleicht mal Trikots hat oder in irgendeiner Form nicht da steht wie Schluff. Weil es ist eine Mannschaft, man hat zusammengespielt, das ist irgendwie vielleicht mal ganz gut. Du warst da sogar drauf, das war vom HSK ein Bild. Ihr habt ja Trikots, das sah prima aus. Aber ich habe zum Beispiel, das muss ich jetzt sagen, eigene Kappe, nicht dran gedacht. Also wir haben ja unser eigenes Turnier gehabt am Wochenende und wir hatten keine Trikots und wir hätten uns mal welche anschaffen sollen. Das hätte gut ausgesehen. Wenn man da als Ausrichter sagt, hier kommen 100 Jahre hinten drauf, hat keiner dran gedacht. Wir hatten andere Sorgen. Aber das wäre gut gewesen. Das hätte gut ausgesehen, dass man als Team da auftritt. Und solche Sachen sind dann, wenn man gerade in Mannschaften spielt, eine gute Sache. So etwas kann man machen. Das ist ein sehr interessantes Thema, was du da aufwirfst. Diese Diskussion gab es in der Schacht-Bundesliga schon vor 10, 15 Jahren. Ewig. Da hat man peu à peu versucht einzuführen, dass die Mannschaften einheitlich zu erkennen sind. Das hat man natürlich dann sehr schwammig formuliert, letztendlich einheitlich zu erkennen, damit nicht alle mit Shirts oder gemeinschaftlichen Shirts auftauchen. Man nennt das ja nicht Trikot. Das ist ja kein Trikot. Das ist ja der obere Kleidungsteil, sagen wir es mal so. So wie du jetzt so ein grünes Teil trägst, dass alle dann so ein grünes Teil tragen. Das hat so ewig gedauert, bis man sich zu einer gemeinschaftlichen Formulierung durchringen konnte. Letztendlich war das so schwammig immer noch, dass alle Teams immer das Ganze auch nicht wirklich durchgehend zu 100% durchgeführt haben. Also manche trugen dann ein Shirt, manche nicht. Oder trugen dann Polun da drüber. Manche trugen dann einfach nur so einen Sticker, wo jeder Spieler in der Mannschaft so einen Sticker hatte, so damit sie einheitlich erkennbar sind. Also es ist so wahnsinnig schwierig, aus meiner Sicht auch total logische Schritte in der Öffentlichkeitsdarstellung durchzuführen. durchzubringen, solche Ideen wirklich mehrheitsfähig zu beschließen. Das ist unglaublich. Und ich weiß es von Turnieren, dass es einfach gut aussieht. Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Die Leute tragen sowas auch gerne in der Regel. Also wie kann man sich verschließen, einfach etwas zu tragen, was gut aussieht. Und alle tragen das Gemeinschaft. Da haben in der Regel auch die starksten Spieler auch nichts gegen. Also ich weiß, in Griechenland haben wir das immer gemacht. Zum Beispiel alle Teams mussten ein Trikot tragen, auch vom Verein, vom Großverein auch aus. Das ist allen total egal. Das machen die halt. Das ist ja jetzt nichts, das ist nichts, was seine Individualität jetzt irgendwie zerstört. Es ist ja kein Einzelwettkampf in dem Moment und auch kein Eingriff in die Privatsphäre, weil wir das manchmal so kamen. Also totaler Blödsinn halt. Es ist komisch manchmal. Aber das ist natürlich ein Teil der mangelnden Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen. Dass man sich ja nicht mal zu solchen ja simplen Gemeinschaftlichkeiten überwinden kann halt. Und etwas Gemeinsames tragen. HSK, ja, wir tragen das. Aber das ist in der Bundesliga Pflicht. Aber auch die Mädels tragen das gerne. Kein Problem. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Die freuen sich auch, wenn ihr Name ist drauf. Und es sieht gut aus. Warum sollte man was dagegen haben? Ja, ich hatte damit auch jetzt nie ein Problem. Wir haben das, als wir in meiner Bundesliga-Zeit in Mühlheim, war das damals auch noch relativ neu. Das war Anfang der 2000er. 2003, 2004. Wir hatten da auch immer einheitliche Hemden und so. Das war immer in Ordnung. Ihr hattet die Sparkassenhemden immer früher bei Mühlheim. Die weißen, roten. Die weißen Sparkassenhemden, genau. Die habe ich vielleicht sogar immer noch als Andenken. Ich weiß gar nicht genau. Also das war eigentlich immer eine schöne Sache. Weil es einfach, ja, es sieht besser aus. Und man betont diesen Mannschaftsgedanken. Das ist irgendwie netter, als wenn die dann alle irgendwie unterschiedlich herumlaufen und man gar nicht weiß, zu wem gehört denn der jetzt eigentlich? Ja, stimmt. Also das ist mir doch gerade eingefallen, weil ich das eben gesehen habe und mich dann im Nachhinein ein bisschen geärgert habe, dass wir da gar nicht dran gedacht haben. Aber man denkt dann erstmal noch an andere Sachen. Haben wir die Halle? Läuft das alles auch wirklich? Ja, das war dann irgendwie erstmal wichtiger. Warst du denn involviert in der Orga? Ja, ich habe mitorganisiert. Ich habe die Figuren mit aufgebaut und alles. Ja, ja. Das ist auch Sport. Die Figuren aufbauen von so vielen Brettern. Ja, bau die mal alle auf. Nein, nein, also ich habe ein bisschen mitgemacht. Wir hatten so ein Orga-Team. Und natürlich hat der Verein auch mitgeholfen. Aber ein bisschen was habe ich da schon vorbereitet. Das ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber was ist da in der letzten Runde passiert? Da müssen wir jetzt doch mal drüber kurz reden. Mein Verein ist nicht angetreten in der letzten Runde. Ja, genau. Das war nämlich seltsam. In der letzten Runde hätte der spätere Sieger, Rehmagen, hatte das Match gegen Hamburg. Und dann hieß es auf einmal, nee, das Match wird nicht gespielt, weil Hamburg schon abgereist ist. Also vor der letzten Runde. Und dann gewann Rehmagen 4 zu 0 und wurde dadurch deutscher Meister. Dadurch? Oder waren sie nicht? Also wenn Hamburg gewonnen hätte, wäre Rehmagen Zweiter gewesen. Okay. Also, ich sag's jetzt, Rehmagen war Favorit und alles, aber naja, da müsste man eigentlich schon spielen, das Match. Das war komisch, weil die mussten den Zug kriegen, war die Argumentation. Was komisch war, halt, dass wir überhaupt keinerlei Zeitverzögerung hatten im Turnier. Also, wir haben, wir sind pünktlich, wir haben pünktlich gestartet, nicht fünf Minuten zu spät oder was, aber waren dann praktisch genau im Zeittakt und man konnte im Prinzip über das ganze Turnier voraussehen, okay, wir sind fertig zum Zeitpunkt X und genau zu dem Zeitpunkt X waren wir auch fertig. Also das war das Seltsame dabei, wenn man jetzt, weiß ich nicht, zwei Stunden Verzögerung gehabt hätte, wegen irgendwelcher komischen Umstände, dann alles klar, verstehe ich alles, aber wir waren genau pünktlich und man hätte auch, okay, ich bin jetzt nicht der Bundesturnierdirektor oder ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch möglich gewesen, diese Partie in der Pause vorzuziehen. Wenn man jetzt weiß, okay, 18.30 Uhr oder so ist die letzte Runde und das schaffen wir irgendwie nicht, dann hätte man vielleicht das Match noch vorziehen können oder so. Also es war eine wirklich komische Sache, aber da wird vielleicht der Turnierdirektor und Turnierleiter nochmal was zu sagen, weil der hat ja mit den Beteiligten gesprochen. Ich habe dann jetzt auch nur mitbekommen, als wir zu der letzten Runde da saßen und er die dann freigegeben hat, da sagte er, ja, ein Spiel findet nicht statt. Was ist denn hier los? Und da haben wir das erst mitbekommen. Wer war der Turnierleiter? Der Michael Rütten, der ist neuer Bundesturnierdirektor, der hat das gemacht. Also der wird bestimmt noch was dazu sagen. Ja, ich bin mal gespannt, ob da noch eine Strafe kommt für den Klub. Interessant. Naja, das ist durch Wettbewerbsverzerrung, aber ich habe das zufällig gelesen auf Twitter, hat er das gar nicht mitbekommen. Ich war natürlich ganz woanders an dem Wochenende. Ja, also das war eine Geschichte. Ich habe aber auch danach nicht jetzt mehr nachgefragt oder irgendwas, was da war. Dadurch, dass ich jetzt mitorganisiert habe, war ich mit anderen Sachen dann beschäftigt noch. und das ist auch Sport, Leute. Wettbewerbsverzerrung. Kennt man. Das ist übrigens im Schachen, wir haben jetzt noch nicht mal eine halbe Stunde, deswegen haben wir noch zwei, ich sage mal zwei Minuten noch. Beim Schach hin und wieder im Mannschaftssport ist Wettbewerbsverzerrung nicht so selten, finde ich. Oder? Ja. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, genau. Also, das ist ein Punkt, wo, finde ich auch, zu wenig darauf reagiert wird. Also, dass in den letzten Runden häufig von Mannschaftswettbewerben wird dann 4-4 gespielt, 8 Remis, solche Sachen meinst du? Nicht nur das, auch die Kaderzusammensetzungen, die sind ja so groß, dass man halt in manchen Kämpfen mit der besten Mannschaft spielt, in anderen Kämpfen. Das ist ja zum Beispiel in anderen Sportjahren ja nicht der Fall. Bayern München würde ja nicht jetzt irgendwie die zweite, die B-Mannschaft spielen lassen im Fußball. Sagen wir mal, letzter Spieler ist ein deutscher Meister. Trotzdem spielen da Müller, Kimmich und Co. Na klar, die wechseln ein paar aus und so, aber, ähm, frag mal, frag mal Dortmund und Mainz oder sowas, das war das, glaube ich, Die dann, ja Dortmund hat ja, glaube ich, ne? Für Mainz ging es um nichts und die gewinnen halt, ne? Ähm, das ist halt Sport, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Sport, dass man Kämpfe nicht herschenkt, ne? Und, ansonsten wäre das ja, das ist ja totaler Blödsinn sonst, ne? Da gibt ja alles gar keinen Sinn und das ist beim Schach leider hin und wieder schon der Fall in Mannschaftswettbewerben, dass die Kaderzusammensetzung, auch der Spielplan, auch ein Problem ist, je nachdem wann du gegen wen spielst, halt auch, ne? Im Schachen hast du ja nicht so viel Geld in dem Verein halt, ne? Da musst du gucken, wie haushaltest du? Dann gibst du halt vielleicht gegen die stärkeren Teams weniger Geld aus an den Wochenenden und an anderen Wochenenden gibst du mehr Geld aus, was die Kaderzusammensetzung betrifft, ne? Ich, 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 ähm, erwähne dieses Thema natürlich auch, weil ich als Teamchef, äh, der Frauen, des Frauenbundesliga-Teams zum HSK tätig bin und natürlich muss man da schauen, so, wie spielt man wann gegen wen, äh, wie spielt man, äh, gegen wen, mit welchem Team halt, ne? Und, äh, das hat, das hat was von Wettbewerbsverzerrung letztendlich auch. Ist doch logisch, ja, ja. Und, ähm, das ist leider im Schach ein Thema und, äh, das wird aber gar nicht richtig groß thematisiert. Das wird einfach so hingenommen als, ähm, Natur gegeben, habe ich den Eindruck und ist halt so, ne? Aber das ist halt, das unterscheidet ganz stark Schach von anderen Mannschaftssportern. Ja. Ist auch dieses, was ich meinte mit den, äh, mit den, ähm, ähm, Mannschaftsspielen, die dann 4-4 ausgehen mit 8 Remi, ja, also das ist auch ein immer noch bestehendes Problem, und teilweise ein extremes Problem meiner Meinung nach. Also, wir sind schon mal aus der dritten Liga, aus der NRW-Oberliga, sind wir mal Zweiter geworden. Wir hatten im, also wir hatten in der Saison, ich glaube so drei Spieltage Verschluss, gegen den direkten Konkurrenten verloren, waren dadurch hinter denen, und die konnten dann mit 2-4-4, konnten die sich dann den Aufstieg sichern, ganz sicher, ja. Und dann gehen beide Matches, komischerweise, mit 8 Remi aus, nach einer halben Stunde. Wie kann denn das sein? Ja, und es ist für mich ein Unding, dass die Schiedsrichter das nicht stoppen. Das, das, das ist einfach absurd. Das ist eine Absprache. So was gibt's nicht. Und, äh, sowas darf eigentlich nicht passieren. Aber es passiert immer wieder. Und, äh, wir reden vielleicht von der dritten Liga. Also, ich finde es jetzt auch nicht schön, wenn es in der siebten Liga wäre oder in der neunten. Aber, äh, also bitte, da sind Schiedsrichter bei und die wissen, was da läuft. Es ist manchmal, äh, denke ich, schwierig nachzuvollziehen, was passiert denn in der Kreisklasse oder so, wenn die da in der letzten Runde sagen, komm, wir machen 8 Remi, wir spielen jetzt ein Blitzjournir. Wir spielen unter Sicht da so ein bisschen, ne, ohne Schiedsrichter. Oder so, äh, finde ich auch jetzt nicht besonders schön, ja, aber das ist nicht nachzuhalten in irgendeiner Form. Aber wenn du Schiedsrichter hast, du hast Partieformulare, du kannst nachgucken, okay, hier hat keiner mehr als 10 Züge gespielt, äh, hallo? Das kann nicht sein. Naja, klar, das ist ganz klar, Wettbewerbsverzerrung. Eigentlich sollte das natürlich auch illegal sein, möglicherweise. In der Bundesliga kann ich sagen, ist das, glaube ich, noch nie passiert in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist, ja. Das würde natürlich einen Riesenaufschrei geben. Ähm, auch in der FBL letztes Jahr, denke ich mal, nee, ich denke, so Absprachen und sowas gibt es nicht. Die spielen einfach alle, aber klar, das ist natürlich auch ein weiterer Teil dessen, was ich als Wettbewerbsverzerrung im Mannschaftsschach so sehe. Ja, da ist der Sportgedanke manchmal irgendwie nicht angekommen, weil, also sowas, weiß ich nicht, kann ich mir in vielen anderen Sportarten, glaube ich, okay, es ist nicht so ganz leicht, vielleicht in anderen Sportarten so etwas genau zu erzeugen, weil wir halt dieses Thema haben mit, dass du Remie verabreden kannst und theoretisch ja immer. Das Problem liegt auch, es ist eigentlich eine Einzelsportart, die als Mannschaftssport ausgeführt wird. Das ist ja bei anderen Sportarten nicht so der Fall. Klar, wir haben Tischtennis, aber da musst du ja spielen, da kannst du nicht sagen, wir machen jetzt Remie oder so. Wir müssen die Bälle über den Tisch. Ansonsten, klar, Tennis gibt es auch als Bundesliga, aber es fällt mir so runter. Ansonsten werden Einzelsportdaten auch als Einzelsportdaten betrieben. Da muss es einen Sieger geben. Die Remie-Vereinbarung ist, glaube ich, so ein Schachphänomen. Das gibt es woanders wirklich gar nicht. Also im Sport schon mal gar nicht. In Spielen vielleicht irgendwo. Aber es ist wirklich so ein bisschen ein Phänomen, dass wir das haben. Ja, das stimmt. Okay, also vielleicht mal mit einer Extrasendung Remie abschaffen, ja oder nein? Schreibe ich direkt auf. Remie abschaffen, ja oder nein? Das ist eine sehr interessante Frage. Oder unter welchen Umständen? Da kann man ja noch über verschiedene Modelle diskutieren. Soll man es komplett abschaffen? Soll man mit Zugrenzen? Gibt es ja diese verschiedenen Sophia-Varianten? Ja, da kann man trefflich diskutieren. Da gibt es vermutlich auch sehr kontroverse Meinungen drüber. Ja, prima. Prima. Dann haben wir den ersten Teil dieser Diskussion. Am Ende so ein bisschen abgewichen zu anderen Themen, aber macht nichts. Fand ich sehr interessant. Im zweiten Teil würden wir dann sagen, ist Schach Wissenschaft? Und dann reden wir darüber, warum Schach Wissenschaft ist. Ja, nein. Das war auch ein sehr interessanter Punkt. Aber erst mal bedanke ich mich bei dir. Es wird ein bisschen dauern, bis wir die nächste Folge machen, weil ich jetzt auch in Dortmund bin, beim Sportler in der WCAP, 24. Juni bis 2. Juli. Deswegen müssen wir mal schauen, wann wir die nächste Folge machen. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir eine noch doch davor. Aber ein wichtiger Punkt noch. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ihr denkt. Ist Schachsport? Ich denke, die meisten ja, weil die Schacherfahrung haben. Aber vielleicht sagt auch jemand, hör mal, ihr liegt falsch. Das ist gar kein Sport. Dann schreibt mal rein, warum, mit welcher Begründung. Oder es wäre einfach mal interessant zu sehen, wie das Meinungsspektrum ist. Alles klar. Vielen Dank, Christoph. Bis bald. Ciao. Tschüss.